Freitag, 10.10. Wir waren gerade in der Tourist Information von Ondaró, an der baskischen Grenze zu einem anderen Kanton, glaube ich, sagt man hier. Und haben uns jetzt entschieden, dass wir den wunderschönen baskischen Küstenwanderweg, den wir schon begonnen haben, bis nach Bilbao weitergehen. Und dann schauen wir weiter. Hier seht ihr mal, auch das Wetter macht hier eine Grenze, die Wetterfront, die Regenwolke macht hier einen Cut. Und da drüben ist wieder ein schönes Wetter, wo wir hinlaufen, wie es sich natürlich gehört. Ja, wir sind natürlich wieder überglücklich. Der liebe Gott und Santiago tun ihr Übriges dazu, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir unseren Weg gehen, mit all seinen Facetten. Es ist auch ein Weg nach Santiago, weil es heißt ja, alle Wege führen nach Santiago, die Compostela. Und er ist eben anders wie bei anderen Menschen. Aber deswegen ist es eben unser Weg und nicht der allgemeine Weg. Das ist ein offizierer Camino. So schaut's aus. Das ist Camino de Basque. Camino de Basque. So schaut's aus. Und da läuft es jetzt weiter. Wir melden uns wieder. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.